Hi! Ich wollte euch heute mal ein wenig zeigen. Man sieht diese Vögel nicht. Da sind noch mehr! Jappai! Juhu! Ich wollte euch heute mal ein bisschen zeigen, was ich persönlich als Radfahrer Newbie wichtig finde. Bei einem Rennrad, ich habe eigentlich voll keine Ahnung davon, aber für diejenigen, die noch weniger Ahnung haben als ich, ist das vielleicht hilfreich. Deswegen zeige ich euch mal ein bisschen was. Wir fangen mal oben auf dem Kopf an. Helm! Helm ist ganz ganz wichtig. Ihr braucht nicht das teuerste Modell. Ich habe jetzt hier den Giro gekauft. Der ist sehr sehr teuer. Ich habe ihn damals aber im Saisonschlussverkauf gekauft. Er hat die Hälfte des Preises gekostet. Würde ich euch immer empfehlen, falls ihr euch neue Klamotten zulegen wollt. Habe ich mit meinen ganzen Klamotten so gemacht, auch mit dem Rad, dass ihr einfach komplett in den Schussverkauf reingeht und nicht am Anfang der Saison, wo alle Leute halt Sachen kaufen wollen, dann einfach ja auch die Sachen kaufen. Weil da ist es halt am teuersten. Einfach am Ende der Saison kaufen. Dann steht das Zeug zwar im Winter rum, weil es ihr damit nicht fahren wollt. Aber ja, das ist halt noch mal so ein Tipp, um Geld zu sparen. Genau, also ihr braucht nicht den teuersten Helm. Ihr braucht einen Helm, der passt. Das ist ganz ganz wichtig. Und wenn das bei euch der günstigste Helm ist, dann könnt ihr euch einfach super freuen. Bei mir war es halt der teuerste. Weiterhin kann ich auf jeden Fall empfehlen solche Handschuhe hier. Also ich mag es einfach, wenn ich auf die Schnauze falle und ich habe noch ein bisschen Cushioning, so ein bisschen Schutz einfach, dass da nicht direkt die ganze Hand kaputt ist. Und vor allen Dingen kann man sich hiermit dann recht gut eben festhalten und hat da direkt dann das hier, wo man das drauf auflegen kann. Hier, Lampe. Auch sehr, sehr wichtig. Möchte ich jetzt natürlich nicht angehen. Ja, sieht man natürlich jetzt nichts von. Ist aber voll wichtig, weil du eben was Vernünftiges sehen willst, wenn du abends fährst und gerade jetzt, wenn es wieder dunkler wird. Das ist Karma Evo. Der Akku sitzt da drunter. Da gibt es auch eine XL-Version jetzt momentan von. Die halten ein bisschen länger. Der hält aber auch schon super lange. Also falls du normal durch die Gegend fährst, reicht er vollkommen aus. Mein Rad ist von Joss. Das ist das Modell Baleno. Das hat sich einfach so ergeben, weil der Joss-Laden, der Joss-Shop bei mir um die Ecke ist und ich den Besitzer kenne. Und ja, dann habe ich das Rad halt am Ende der Saison, weil es schon gebraucht war und quasi als Teamrad wieder reinkam in den Shop, halt günstiger bekommen. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr solche Angebote irgendwie bei euch bekommen könnt. So, was noch? Was noch wichtig ist? Trinkflasche. Ganz wichtig. Camelback. BPA-frei. Keine Glasflaschen nehmen. Sehr, sehr gefährlich. Kompakt-Crank. Kompaktkurbel. 34. Optional 28. Besser 32. Das müsst ihr dazu sagen. Ich habe es nicht dazu gesagt und ich habe einen 26er. Und bei diesem Campagnolo, beim Champi oder wie das heißt. Ich kenne mich leider nicht so aus. Tut mir leid, Leute. Ich schäme mich ja schon. Hat das nur, ich glaube, 29 als höchstes. Und das ist jetzt 26. Ja, ist halt scheiße. Ich werde es vielleicht irgendwann nochmal umtauschen. Aber da ich gerade nicht weiß, wo ich in den nächsten zwei, drei Jahren bin und ob ich das Rennrad da überhaupt nutze, habe ich jetzt erstmal nichts gemacht. Brille, auch ganz wichtig. Müsst ihr nicht die teuerste nehmen. Das ist auch nicht die teuerste. Müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr für einen Schutz haben wollt. Jetzt, was Sonne angeht. Und diese hier, die ist durchsichtig und ganz normal klar sozusagen, wenn keine Sonne da ist, wenn jetzt Sonne sein würde, dann würde sie sich abdunkeln. Genau. Sitz hat hier bei mir so einen Schlitz drin. Finde ich ganz praktisch. Ist aber optional. Mag jeder anders. Ja. Stopp, das war es auch schon. Achja, stopp. An den Schuhen habe ich auch noch was. Ähm, das hier sind Schuhe von Sidi. Sidi, ja. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwo sehen kann. Vielleicht. Genau. Damit klicke ich mich ein. Und zwar hier rein. Das sind Mountainbike Schuhe. Die haben diesen Klick hier versenkt. Damit kann man halt gut laufen. Ohne irgendwie ein Problem zu haben. Für aktive Leute sehr, sehr gut gedacht. Das ist mein Fahrrad. Und das ist meine Ausstattung. Vielleicht hat es ja den ein oder anderen mal ein bisschen geholfen. Wer weiß. Und ich bin im Niemandsland. Tschüss.